willkommen zurück zu einer neuen folge von xp2 okay wir sind halt immer noch mit mona unterwegs und ich muss keinen richtigen plan wo wir hin müssen also scheinbar hier hoch weil die rüber hüpfen aber was bringt das nix eigentlich ach wir können wir mit der wir können hier runter ja ja ist ja gut fängst du hier gleich an zu rumpen war klar endlich schalten wir doch mal hier ein bisschen aus tschüss feuer mach's gut ja zumindest hier in der ecke funktioniert das hatten wir ja auch schon mal bringt das was das irgendwie neu zu starten vielleicht haben wir jetzt hinten das gebritzel abgestellt oder mal gucken ist noch gebritzel nee kein gebritzel gut zack tot hüpf hat das wohl mit dem entschärfen doch nicht mehr so geklappt gut da können wir nicht weiter gehen einfach mal hinten rum max she found me where vlad had left me lying in a pool of blood on her floor max come on time to wake up death is inevitable our fear of it makes us play safe blocks out emotion it's a losing game without passion you're already dead it's all a matter of perspective tied to time and place love and friendship life and death vlad had led me to mona's apartment at gunpoint just missed you at vodka and at vinnie's third time is the charge we can't get him up here the head is too big to fit through the door let vinnie stay in the funhouse that's where he belongs i'll get to him in a moment ironic isn't it what is how you fell for the killer working for the man who got your family killed love is blind everything is subjective choices answers good and evil woden sent the project valhalla file to the da to put a scare on him your family paid the price mona is like me just in the opposite camp killing the society members allied with me how funny is that i hate to do this but you know how you are you would never let it go einstein was right time is relative to the observer when you're looking down the barrel of a gun time slows down your whole life flashes by heartbreak and scars stay with it and you can live a lifetime in that split second besides a gentleman always avenges the insults done to his lady you did kill winterson in the dream i was an invisible ghost hovering outside my body the detective pain the boss is already here he's waiting for you inside i hope you haven't had your lunch yet this one's bad a crime of passion this one's yours pain you're the only one who could solve it bullet in the head the killer's looking for an answer but he's looking for it in the wrong place it should be looking for it in his own head the suspect is ready for a lineup you should hurry pay or you'll miss him oh this heart broke damn it we're losing him give him hope six milligrams dann haut ihr mal eure hoffen da rein bleib hier du ich du ähm was she has died her ach sie hat ihr haarrot gefärbt okay ach der hausmeister der mal wieder hier rumsingt please don't kill me don't kill me you win you win just let me go you can have it all the gun trade freaking all of it just don't kill me vincent dearest of all my friends let's play a little game you're into games right the rules are simple for every answer you get right i'll remove a good part of the explosives taped to your head you get them all right you are free to go sounds good okay okay and given your current attire all the questions will be about your favorite tv show all right ready the first question what is the name of the big bad in captain baseball batboy maxwell's demon maxwell's demon easy well done vincent and now as promised congratulations that's half of the bomb gun one more right answer and you are home free all right all right i can do this i can do this what's the question who is the original creator of maxwell's demon back to entropy of course oh no 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 wait what do you mean for real the show's writer sammy waters impressive vincent but unfortunately incorrect maxwell's demon was created by james clerk maxwell a 19th century british physicist jeez unfair oh man you gotta give me another chance vini vincent i would love to but rules are rules no 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 please no please don't kill me 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 gut das sind sie alle so ein bisschen schöner himmel blutrot gefärbt have no fear vlad is here mona sex vladimir lam gate is dead that was to be expected no hard feelings it's not too late my darling join me and all's forgiven we would make a brilliant couple i am the king and you could be my queen in your dreams see you're nothing but a one armed bandit get her get the bitch okay hat sie ihn angeschossen wahrscheinlich ja wieder ein bisschen labyrinth mäßig hier wir folgen einfach mal nicht dem licht des tunnels that won't help a thing the bullet in my head brought me to you max come on time to wake up she was beautiful i hated her for making me feel this way now that i was with her i was reluctant to hear her answers you okay vlad was headed to woden's manor don't be stupid you're not in shape to go anywhere you'll die i don't care this isn't your fight max you can walk away i'm asking you i didn't deserve to walk away there are no happy endings you're coming with me it was too late i couldn't trust her not before i had seen this through vlad was right there are no choices nothing but a straight line the illusion comes afterwards when you ask why me and what if when you look back see the branches like a pruned bonsai tree or a forked lightning if you had done something differently it wouldn't be you it would be someone else looking back asking a different set of questions showtime i'll go down first cover me from here there there alert they are here there there no that's how it worked with the rein shalty Na, sie hat aber da noch nicht ganz aufgeräumt. Dann machen wir doch mal hier ein wenig Action. Ja mach mal. Ah Mona wahrscheinlich. Das ist nicht Mona. Vielleicht nicht so sinnvoll hier rum zu rennen aber... Das sollte passen. Gut, danke für die Pain Killer. So ein netter junger Mann. Na gut, hier zack, nehmen wir das Zeug noch mit. Den erledigen wir schnell. Okay. Okay. Okay, vielleicht hätte ich rausgehen sollen. Kann ich nicht mehr? Okay. Ich versuche was mal hier. Da bitte den. Danke. Ah, hallo. Wieso war ich schon so? Wahrscheinlich hat er mich jetzt noch irgendwie erledigt. Gucken wir mal, ob ich hier stehen bleiben kann. Ja, kann ich. Gut. Gut. Gut, das lief doch schon mal besser. Na ja, das lief auch schon mal besser. Mhm. Ja genau. Halt, du mal hier ein bisschen drauf. Danke. Gut. Gut, Deckung. So, ich gebe hier auch noch ein bisschen Deckung. Yo. A season finale of lords and ladies. Brought to you in part by cleansing cleaning products. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wie schön Haben wir wenigstens Ende noch mitgekriegt Oh Dann räumen wir hier mal gerade noch ein bisschen auf Da oben war ja noch einer Kommt der noch mal raus Ich glaube eher weniger Da oben ist er Na Da ist zu Da wird noch geballert Ich muss mal Ne, hat ihn nicht erledigt Da kommen wohl noch ein paar mehr da oben rüber Bitte schön What now? Meine Güte Ich glaube, sie wollen es einfach nicht lernen Na, der liegt immer noch Jetzt nicht mehr So, dann bist du jetzt noch dran Danke Die kommen halt echt von allen Seiten gerade Da haben es mehr oder weniger überstanden Jetzt müssen wir halt wieder aufpassen Dass wir Nicht getroffen werden Beim nächsten Schuss sind wir halt mal wieder weg Gut Dann Werden wir erschossen Gut Machen wir beim nächsten Mal hier weiter Danke fürs Zuschauen an der Stelle Ich hoffe, ihr hattet Spaß Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao